Hallo und willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo und zwar gibt es ab Donnerstag ein neues Game of Thrones Projekt von mir und Soltrim und in dem geht es um was? Ja, in dem geht es darum, dass wir immer über die neuen Folgen reden, die rausgekommen sind im englischen Original und was wir da genau machen ist, dass wir die einzelnen Szenen sozusagen auseinandernehmen, die beurteilen und gucken was uns gefallen hat und was nicht. Vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen noch einspielen, was uns gerade zu der Sache einfällt. Im Hintergrund werden wir Spiele spielen, das ist allerdings live, es wird allerdings kein Let's Play, da wir hauptsächlich über die Folge reden, allerdings werden wir trotzdem live spielen. Am Anfang werden wir erstmal Mountain Blade, das alte aus dem Let's Play spielen, Mountain Blade Clash of Kings, allerdings haben wir auch noch zwei andere Spiele vorbereitet sozusagen, das sind Civilization V der Game of Thrones Mod und auch von Crusader Kings 2 der Game of Thrones Mod und da werden wir uns auch noch ein bisschen abwechseln, welches Spiel wir gerade im Hintergrund spielen. Und das war es auch schon von uns, ab Donnerstag geht es los, wie gesagt, Donnerstagabend die erste Folge, macht es gut, bis dahin, ich hoffe ihr schaltet ein, ciao, tschüss.